Servus, grüß euch bei endlich wieder bei neigen Watchpaper M-Film. Es ist eh schon Zeitl her, dass wir was gemacht haben. Darum sind wir gleich zu zweit da, heute ich und der Roman. Gratis für dich. Heute haben wir unser Fasseltauf-Rennen 2013. Dazu unsere Weltcup-Piste. Können Sie kurz umifirmen Sie bitte, Kameramann? Wir haben da heute wirklich traumhafte Verhältnisse. Das Wetter wird sich wahrscheinlich noch verbessern. Was willst du dazu sagen? Unsere Service-Leute haben Tag und Nacht präpariert. Es ist wirklich eine traumhafte Pistengarten. Zwei schöne Schikanen sind drin, die sind eh angezeichnet. Da werden sich die Leute ein bisschen schwerer tun, aber so wird das Rennen interessanter von dem her. Wünschen wir uns einen gerechten und supernen Lauf, oder Martin? So ist es, genau. Danke, Roman. Jetzt aber noch kurz einen Rückblick, wie es vor drei Jahren war. Dort haben wir nämlich 2010 unser letztes Rennen veranstaltet. Und dann, glaube ich, geht es schon bald los mit dem ersten Rennen, oder? Das ist richtig, oder? So ist es. So, jetzt der mittlerweile ist gleich soweit. Der erste Durchgang kommt gleich. Machen Sie kurz einmal rauf vor dem Spitschen. Die Leute warten nämlich schon. Und dann können wir schon los starten mit dem ersten Rennen. Es geht bereits los. Die ersten drei sind unterwegs. Und die sind ganz, ganz gut unterwegs. Wahnsinn. Unser Titelverteidiger. Hoffen wir es, der Dominik. Im ersten Platz wieder. Und wer kommt da noch? Ja. Erster ist der Puntigam, Christian. Svett. 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 Dach. Svett. 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 Und erHappy. Wir machen den Schatten, fände ich gut aus. Ja! Hallo! 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 Du wirst ja nicht cool sein! Vorher! Ja, du hast ja auch schon da gesichert! Bravo! Musik 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 Bis zum nächsten Mal.